So, jetzt geht's nochmal weiter Richtung S+. Ich hab wieder den Splatterscope dabei. Maximalen Damage als Rotation haben wir Splat Zones mit Hammerhead Bridge und Cape Dome. Genau, und ich such schon mal nach einer Lobby. Ich hab auch gerade nochmal so meine Settings gecheckt. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich jetzt schon eine Weile mit Plus 5 Sensitivity spiele. Ähm, ja, weil ich mal ausprobieren wollte, wie das mit der maximalen Sensitivity so ist. Und hab's dann nicht wieder umgestellt. Und ich hab festgestellt, dass gar nicht so ein großer Unterschied zwischen Maximum und Plus 2 ist. Und deswegen hab ich's jetzt auch immer noch einfach so gelassen. Oh, ich merke aber, dass ich eine Zeit schon nicht mehr gespielt hab. So, die Gegner haben bisher noch nicht so viel Fokus auf die Mitte. Jetzt spame ich mal hier alles mit Bomben zu. Ich dachte, da kommt vielleicht einer. Da haben wir einen auf der Spawn-Plattform erwischt. Was mit dem? Also verlieren die auf jeden Fall das Game, wenn die jetzt nicht mal irgendwie Richtung Mitte kommen. Okay. Ein Ink-Strike wohl. Aha, da oben war wohl irgendwie ein Gegner. Vielleicht... Nein. Ist nicht mal an unserer Bombe gestorben. Und da war noch jemand. So. Dass der da alleine reicht, um Stress zu machen. Dann haben wir aber nochmal einen. Und hier spawnt jetzt jemand. Geh weg. So. Hier noch jemand hinkommen. Ja, kommt jetzt jemand, oder? Ja. Und wieder ein Ink-Strike. Ja, macht auch alles nix. Zehn Punkte noch. Ich würde sagen, das ist gleich durch. Drei, zwei, eins. Jupp. Ja, war ein bisschen seltsam, dass die Gegner da gar nicht so viel in der Mitte unterwegs waren. Wie der Eimer, der sich da manchmal versteckt hat und dann noch andere dahin gespawnt sind. Wie auch immer. Sechs, eins sind die Stats. Damit auf jeden Fall wieder den Topscore gerissen. Plus zwölf gibt das. Damit sind wir auf C plus achtzig. Bald... Bald sind wir bei B. So, und ich suche mir eine andere Lobby. Ja. Okay. Sieht doch ganz gut aus. Soweit. Und nochmal Cape Dome. Jetzt habe ich den Spawn ganz links. Gehe trotzdem nach rechts. Ich mag das, wenn man hier über diese Rampe geht. Dann hier am besten diesen Sprung macht. Und dann sofort schnell bei den Gegnern ist. Damit rechnen die nämlich oft nicht. Leider hat er mich da jetzt noch mitgetradet. Jetzt hätte ich bestimmt noch ihn da holen können, den dritten. Wäre ganz cool geworden. Aber so 2 zu 1 Trade ist auch immer okay. Und was passiert da? Er ist schon wieder. Da spawnt jetzt jemand. Wie kann man denn so spawnen? Und dass ich ihn nicht erwische, ist dann... Okay. Erstmal wieder Inkstrike. Von den Gegnern. Den haben wir. Den auch. Noch jemand? Ja, da. Boah, das wären fast alle 4 geworden. So, und jetzt könnt ihr in den Spawn drücken, Boys. Alle tot. Den hole ich vielleicht ab. Oh, was... Was habe ich da gemacht? Oh. Nur einen gekillt. Ist das Game halt schon vorbei? Auch okay. Also nachdem wir das ganze Team da ausgeschaltet hatten, konnten die Gegner wohl nichts mehr machen. Und damit haben wir beide Games gewonnen. Mal schauen, was der Score sagt. 7 zu 1. Ich denke, das war ganz solide. Im Gegnerteam konnten leider drei Spieler gar keinen Kill holen. Und wir haben wieder plus 12 gekriegt. Damit sind wir auf C plus 92. Und in der nächsten Folge heißt es dann B holen. Und ja, damit bin ich fürs Erste raus. Danke jedenfalls fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.